Yo Leute, hi und herzlich willkommen zum neuen Vlog auf AllesAlex. Ja, neuer Tag ist angebrochen. Wetter hat sich seit gestern irgendwie gar nicht verbessert. Es nieselt ein wenig, sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera, aber das ist sehr toll. Wird mein Gesicht schön feucht. Wir machen uns auf den Weg und gucken mal, was heute so zustande kommt. Ja, könnte knapp werden heute mal wieder. Ok, zwei Minuten haben wir noch. Lässig. Hier im Arbeitsort ist es auch nicht arg viel besser mit dem Wetter. Mal gucken. Sowas heißt eigentlich immer, dass es sehr ruhig wird auf Arbeit. Zum einen natürlich entspannter für uns, aber der Tag geht dann halt auch nicht rum. Das ist zumindest immer meine Meinung. Wenn du was zu tun hast den Tag über, geht es viel, viel schneller. Aber das kennt ihr bestimmt auch alle. Ne? Ja. Ich laufe jetzt erstmal zur Bank, muss ein bisschen Parra holen und dann hole ich mir, glaube ich, noch was zu frühstücken. Also, auf geht's würde ich sagen. Ja, angemeldet bin ich. Ich mache jetzt noch ein paar Sachen, aber dann geht's rum. Der Feierabend ist mal wieder angebrochen. Ich begebe mich jetzt zur S-Bahn. Also, mal gucken, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch. Ok, vier Minuten. Ich bin gespannt, ob ich schon. Ok, ich habe jetzt beschlossen. Ich warte einfach auf die nächste. Kommt ja eine Viertelstunde. Also, naja, schalb so wild. Das ist übrigens die, die ich beschlossen hatte, nicht zu nehmen. Wow. Da bin ich ein bisschen schneller gelaufen. Bonjour. Was geht? Alles gut bei euch. So, heute bin ich extrem spät dran. Wir haben 9.15 Uhr und normalerweise brauche ich genauso acht Minuten nach unten. Ja, das wären jetzt genau acht Minuten. 23 Uhr, ihr wisst. Manchmal kommt er ein bisschen später. Gestern ja auch. Aber, ja. Also, laufe ich heute etwas zügigeren Schrittes, damit ich es ja nicht verpasse. Weil das wäre sehr doof. Gut. Also, ich verabschiede mich jetzt aus diesem Vlog. Fange im Anschluss einen neuen an. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Fuah! Fuah! F participar! umm Bis zum nächsten Mal.